Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Diagrammen. Besonders werden wir auf das Balken, Säulen und Kreisdiagramm eingehen. Schauen wir uns als erstes gleich ein Beispiel für ein Diagramm an. Es zeigt, wie viele Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse ein bestimmtes Lieblingsfach haben. Bewegung und Sport, Musik, Deutsch oder Mathematik. Durch das Diagramm kannst du sofort erkennen, dass Bewegung und Sport das beliebteste Fach ist. Außerdem siehst du, dass Musik und Deutsch gleich beliebt sind, da die beiden Säulen die gleiche Höhe haben. Diagramme helfen dir also, Informationen übersichtlich darzustellen. Dadurch erleichtern sie uns, Informationen schneller zu verstehen. In unserem ersten Beispiel hatten wir es mit einem Säulendiagramm zu tun. Jedoch ist dieser Diagrammtyp nicht für alle Daten immer passend. Schauen wir uns nun die verschiedenen Arten von Diagrammen genauer an. Wir beginnen mit dem Säulen- und dem Balkendiagramm. Ein Säulendiagramm besteht immer aus einer X-Achse und einer Y-Achse. Auf der X-Achse werden die Kategorien dargestellt. In unserem Beispiel die Fächer. Auf der Y-Achse stehen die Zahlen, wie oft eine Kategorie von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt wurde. Nun zeichnest du für jedes Fach eine Säule nach oben. Zum Beispiel für Bewegung und Sport zeichnest du eine Säule bis zur 8. Für Musik und Deutsch bis zur 5. Und für Mathematik bis zur 6. Das Balkendiagramm funktioniert sehr ähnlich wie das Säulendiagramm. Hier werden jedoch die Kategorien auf der Y-Achse dargestellt und die Zahlen, wie oft eine Kategorie gewählt wurde, auf der X-Achse. Nun zeichnest du die Balken nach rechts. Kommen wir nun zum Kreisdiagramm. Kreisdiagramme eignen sich besonders gut, wenn du Anteile von einem Ganzen betrachtest. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Die Schülerinnen und Schüler wurden dazu befragt, mit welchen Transportmitteln sie in die Schule kommen. Unser Ganzes ist in diesem Fall unsere Schulklasse. Die Transportmittel sind öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Anhand des Kreisdiagrammes können wir nun erkennen, dass die Hälfte der Klasse mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ein Viertel der Klasse zu Fuß in die Schule kommt. Um jetzt das Neugelernte noch einmal zu wiederholen, machen wir als kleines Quiz einen Lückentext. Im Rechteck siehst du die möglichen Antworten. Klicke jetzt auf Pause und probiere den Lückentext einmal alleine zu lösen. Anschließend werden wir die Lösungen gemeinsam vergleichen. Beginnen wir nun mit dem Vergleichen. Diagramme helfen uns, Informationen übersichtlich darzustellen. Ein Säulen- bzw. Balkendiagramm besteht immer aus einer X-Achse und aus einer Y-Achse. Auf der X-Achse eines Säulendiagrammes werden die Kategorien geschrieben. Bei einem Balkendiagramm werden die Balken nach rechts gezeichnet. Kreisdiagramme helfen uns, um Anteile von einem Ganzen zu betrachten. Hast du alles richtig? Dann sehr gut! Um noch besser zu verstehen, welchen Diagrammtyp man wann verwendet, schau zum Basic-Video.